So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Stadt, Land, Fluss, Online. Ja, wieder mit dem Gast mit dem Leopard. Er redet gerade nur nicht, weil sein WLAN irgendwie umschwackt. Ich weiß, wie weit er los ist. Dinge, die man jeden Tag macht. Hab ich nicht geschrieben. Oh, da ist er wieder ein Simu-Spiel. Da mit dem Simu-Spiel und hier ist er Leopard. Passt ja auch. Oh, Todesursache. Keine Ahnung. Also der WLAN funktioniert ja wunderbar. Habt ihr so ne alte WLAN-Box oder wie so geht die Leopard aus? Wir haben ne neue bestellt. Ja, wird man auch lange noch Zeit. Ja, ist schon ganz angeschlossen. Ja, wahrscheinlich... Ich war auch nicht besser. Also Todesursache... Da gehe ich denn aus, Platz? Alter, mit B. Das ist nicht an der Verrückung von anderen Leidtun. Alter, hey, BB-Spielzeug, ey, das ist so lustig. Spielzeug mit B. Das ist ziemlich einfach. Ich muss echt. Ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben hat, war doch egal. Todesursache. Die man jeden Tag macht. Also... Boah, das ist jetzt nicht so gut. Das ist ziemlich einfach. Ähm, ja. Ach, Mann! Mit J weiß ich auf jeden Fall was, Hebs. Hä? Mit J wüsste ich was. Mit J wüsste ich bei einem anderen Wort den Kacken auf jeden Fall was. Bist du bei J? Was? Nö. Aber da wüsste ich was. Aber da... Bei B wüsste ich. Ja, ja. Scheidungsruhen. Hö, ja, dabei. Ich will das mal so gern mit Gronkh spielen. Das war bestimmt Spaß. Weil ich hab gleich schnell fertig, als ich auch raus hingeschrieben hab. Ich bin gleich fertig. Äh, da weiß ich nichts. Anderes wird kommen. Todesursache? Weißt du, ich will. Weiß ich dir da nix. Ich will, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe. Todesursache? Keine Ahnung. War ich da so drauf? Ich geb dir keinen Hinweis. Das war auch gar nicht. Deswegen die Spielregeln. Das ist egal. Das ist ohne so viele Superkraft. Das kann doch nicht wahr sein. Hm. Ich spiele Bock im Happy Meal. Ich spiele Bock im Happy Meal. Das ist doch sehr einfach. Weil ich glaub das richtig geschrieben ist, ist doch egal. Ist doch egal. Ich kann es mal ja buchstabieren. Ich muss es herausfinden. Nee. Das darf ich auch nicht. Nee. Bob der Baumeister gibt es nicht im Happy Meal. Oh, doch. Eine kleine Schließfigur. Oh, danke. Das war aber auch der einzige Typ, den ich dir geben durfte. Das ist doch nicht so aus, wenn du selber vorauskommst. Aber ich nehm die Sachen ja nicht ernst. Von daher. Du hattest es mir verraten. Ja trotzdem. Du brauchst die Sachen nicht ernst nehmen. Du kannst doch über irgendeinen Unsinnigen schreiben. Die müssen nur existieren. Aber deine Antwort mit P war ja ein anderes Wort zu kacken. Das war logisch. Ich geh auf. Hör auf. Ich weiß nichts mehr. Auch. Ballspiel. Ach Ballspiel. Ups. Ich weiß immer mal, dass man Schreibfehler hat. Ja. Guck mal. Bimsklo-Stein im Happy Meal. Ist gut. Ich stell mir immer die enttäuschten Kinder vor. Was ist es denn? Ist es ein Spielzeug neben dem Bimsklo-Stein? Ballspiel. Brücke fallen. Von der Brücke fallen. Bauen. Geht doch, Stefan. Das mit B anfängt. Guck mal, Polnuchel den Bumsen da auf dem Jahrmarkt. Im Bad? Kommt drauf an. Beim Bürgermeister ist es ganz sicher nicht gut. Der Bürgermeister legt sich wieder so auf der Schreibtisch und wachst jetzt mal eine Runde. Ich geh auch weiter. Wovor das Wälder wieder abkackt. Das tut wahrscheinlich jetzt. Nee. Ich geh auch weiter? Ja, klar. Muss man. Mit T? Was? Oh, ich weiß eins. Das ist einfach in der Sendung, die schon seit gar nicht mehr läuft. Okay. Die gab es aber auch nur früher im Happy Meal. Hä? T. Ich spiele im Happy Meal. Warte mal. Hab ich nicht geschrieben. Nö. Was? Äh, geil. Das, wenn du das im Happy Meal hätte. Oh weia. Oh weia. Ja. Bei Dingen, die man jeden Tag macht, ist es. Ja ja. Das, was Kinder tun. Kleine Kinder tun was, wenn sie sich verabreden. Todesursache. Wie du, es reicht jetzt. Wie überriert der da? Riecht ich da? Alter. Wie fällt mir jetzt? Wieso fällt mir jetzt um dick sein? Ich hab ein Wort bei Kacken. Okay. Ich nicht. Scheidungsgrund. Todesursache. Da weiß ich was. Da weiß ich was. Das kenne ich noch von Ronk. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hallo? Ja. Da fällt mir was auf. Was denn? Leute. So quasi Musikleute. Die Musikschule ist ab, wo der Bass hoch ist. Und das zu laut gemacht. Die Elektrostrahlen. Ja. Ich sag dir aber nicht was das bedeutet. Also wie das. Was ich meine. Äh. Brauchst du heute. Allein. Ob das Ort für 60 so gut wär. Ob das was du kann, weiß ich wirklich nix. Da muss immer die Buchstaben kommen und ich auch nicht kann. Also ich weiß es. Ort für 60 so gut ist. Hä? Mit Tee. Ohne die Superkraft. Das war. Oh Leute. Ich weiß was besseres. Was bisschen was besseres ist. Weil du spielst dich. Happy Meal. die eine frage kenne ich noch nicht mal die nach todesursache kommt ich kann nicht wahrnehmen was ist das ja ich habe auch mal gesehen ich muss mir die folge noch mal angucken ja die folge ich schon 8 Minuten 22 also es ist schon Mittag ja ich meine jetzt nur weil ich heute noch mit der Vierfabendung bin deswegen spiel ich heute Vormittag mal oder jetzt ja das stimmt Scheidungsgrund ich hab's heute mit den Sachen also drei Sachen habe ich jetzt nicht oder wird es jetzt so gut werden keine Ahnung du gehst du auf Hör auf? ja jetzt na 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 ah ich hab mich falsch geschrieben ich hab was Falsches bei der einen Sache hingeschrieben ich wollte das einen weiter unten schreiben falsch geschrieben was? Teletubbies ich weiß ich weiß ich weiß ich ja das gab's aber mal früher glaub ich noch aber heutzutage nicht mehr das war früher noch was du nimmst das willig du nimmst das willig ja das ist ja ja jetzt kann das sein ja gut da oben ich auch aber hey nein ich überleg nur Turbulenzen zu hoch diese Bassfrequenz Titel ging zu tief ich wollte eins unter Töpfen S Titel S ok Töpfen 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 was ist das was ist das denn wlan hält er durch wie bei WK ich brauche kein WLAN ich mein PC soll mit am Internet selber angeschlossen äh die Todesursachen mit dem ist ich aber ich weiß auch was sind wir alles durch ja haha Was? Es ist Hauf bei dem Spiel. Ich muss aber gucken, wie lange das Video geht. Das darf ja nicht so lang werden. Nein. Darf doch im Internet sein, dann muss ich die Stimme löschen. Ist mir egal. Ich weiß nicht, ob deine Mutter egal ist. Das weiß sie doch eh nicht. Trotzdem, eigentlich muss ich die fragen. Oder du piepst immer, wenn ich rede. Machst du das Piepen rein? Nein, dann verstehen die mich doch nicht mehr. Ich darf das Video dann entweder nicht hochladen. Ja. Ich muss deine Stimme rausschneiden. Nee, ich erzähle deine Stimme einfach. Aber obwohl, ich habe keinen Stimmverzehrer, das war bescheuert. Nein. Ich muss das Wort für Kacken, Alter. Was? Ich muss das Wort für Kacken, aber das weiß ich auch nicht. Ich pack mal durch. Doch. Ach. Wieso bin ich denn nicht sofort rausgekommen? Voll richtig keine Ahnung. Ich weiß einen. Das war ausgedacht aber. Ja. Ich hab was richtig witziges bei Ort, wo es jetzt richtig gut war. Wäre. Scheidungsgrund. Ich auch mal. Und. Oh. Ich hab mal. Oh. Ich hab mal. Oh. So ein Video ist lange genug, ich bedanke mich für das Zuschauen, dann bis zur nächsten Folge, tschüss.